Das reicht. Ich bin mittlerweile sicher, dass es nicht geht. Willkommen zurück zu Let's Plague of Vacation. Ihr könnt nicht mehr. Ich habe es jetzt zwei, dreimal nochmal versucht. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das geht. Vielleicht bin ich einfach nur scheiße und zu schlecht. Aber ich habe darauf jetzt keinen Stock mehr. Es sieht für mich nicht so aus, als ginge das. Ja, deswegen lasse ich es jetzt auch erstmal. Und wenn mir dann partout nichts mehr auf- oder einfallen will, wo ich irgendwie tolle Darbietungen machen kann, dann werde ich das ja auch mal googeln und dann werde ich ja sehen, ob das wirklich was ist oder ob eben nicht. Und wenn ja, dann muss ich mir, glaube ich, auch mal eine Technik aneignen, weil ich habe keine Ahnung, wie das klappt, ganz ehrlich. Naja, okay. Ich habe auch keinen Plan mal wieder, was ich hier jetzt genau machen kann, machen soll. Wo ich mich genau umschauen soll. Genau, das war nur für einen Schatz. Deswegen ist natürlich, man kann die Darbietungen mit jedem Vehikel machen. Also man kann die theoretisch auch zu Fuß machen, also indem man irgendwo rüberspringt. Wobei ich nicht glaube, dass es... Nee, ich glaube, es ist nur auf den Quad und auf den Jet-Ski ausgerichtet. Okay, jetzt bin ich auch mal hier... Okay, hier war ich schon, ich weiß, aber... Ich weiß auf jeden Fall, dass das die Spitze der Karte da ist. Und weiß damit, dass da nichts mehr ist. Da war ich mir nämlich nicht so sicher, ob ich da auch schon war. Aber jetzt weiß ich es ja. Hier war ich definitiv schon. Ähm, hätten wir den Bereich auch abgehakt. Ja, oben links waren wir jetzt mittlerweile auch schon. Ähm, ich würde mich aber generell, glaube ich, links nochmal auf der Plattform oder auch rechts so umgucken. Am Strand, ein bisschen weiter in ein Gebirge oder sowas. Also es gibt noch ein paar Orte, wo wir noch nicht waren. Auf jeden Fall. Was natürlich nicht heißt, dass wir an den Orten, wo wir schon waren, keine Darbietung mehr machen können. Ganz im Gegenteil. Ähm, und eigentlich darf man auch nicht vergessen, ich war ja auch eigentlich auf der Suche nach, ähm... einem Platz, wo ich gut Stunts machen kann. Hier zum Beispiel. Das geht aber irgendwie nicht. Zumindest nicht... Der geile Trick, den wir... Oh. Den wir, ähm... mit dem Jetski machen konnten. Okay, da gibt es definitiv nicht so geile Tricks. Also der C- und der Z-Knopf scheinen hier nichts zu bringen. Okay. Können wir uns mal merken. Ja, ich hab genau... Ich mach jetzt mal, ähm... Beides auseinander. Guck, das was bringt. Ja. Ehrlich. Ähm, das find ich aber ein bisschen unfair. Äh, das ist aber glaub ich gar nicht so schlimm. Wir sind ja hier eigentlich direkt im Offroad-Park, wo es auch die Stunts gab, soweit ich weiß, ne? Ich könnte mir noch hier glaub ich irgendwo... Ne, aber ohne Spaß. Hier gibt's so viele Möglichkeiten, in diesem Kack-Gebirge, wo man irgendwelche tollen Stunts machen kann. Der ist leider nicht. Wär auch zu schön gewesen. Ich mach den mal in die andere Richtung, aber... Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas wert sein wird. Irgendwas Tolles. Außer natürlich... Ähm... Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich geht. Ich hab's ja gerade mal angesprochen. Aber die Distanz ist so gering. Ich könnt mir fast vorstellen, ne? Ja, versuchen's einfach mal. Ne, das geht auf jeden Fall nicht. Hätte ich mir vorstellen können, dass die Distanz vielleicht... Klein genug ist, dass wir da irgendwie drüber springen können. Das kann ja sein, dass man auch so Achievements erreichen kann. Fahr mich fast um. Genau wie in Schottland. Die halten einfach gar nicht an. Ist denen scheißegal, wenn einer auf der Straße steht. Ich guck mich halt gerade mal ein bisschen um, um zu gucken, ob man da... Da unten. Da will ich hin. Da komm ich hin. Und wenn ich mich fallen lasse. Ja, nicht die... Ähm... Feine englische Art, aber es geht. Ah, okay, okay. So komm ich da hin. Gut, gut, gut. Das macht Bescheid, weil das wird bestimmt was wert sein, oder? Komm schon. Obwohl, ne. Okay, das war gar nichts. Das sah von oben spektakulärer aus, als es war. Scheiße. Es sah viel spektakulärer aus. Und das werde ich auch als Mensch nicht schaffen. Ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass es auch wieder was nochmal mit dem Jetski zu holen gibt. An besonderen Darbietungen. Das möchte ich auf keinen Fall ausschließen. Die einzige bisher haben wir mit dem Jetski... Äh, mit dem Quad gemacht. Aber mit dem Quad haben wir halt so viele Möglichkeiten, dass ich mir jetzt schon fast vorstellen kann, dass es an jeder Ecke hier besondere Darbietungen gibt. Das ist echt hart. Auch diese Stelle, ne. Immer wieder. Stell ich mir da die Frage... Was macht man am besten? Was gab's hier? Was war das? Das war immer so ein Graben. Man kommt immer wieder zu den selben Stellen. Kann ich mir was sagen, dass die Fotopunkte in irgendeiner Weise was verraten können. Also die, ähm... Die man später noch erstellen kann. Zu verschiedenen Tageszeiten. Weiß ich überhaupt nicht Bescheid. Überhaupt kein Plan. Es gibt so viele Stellen, wo es sein kann, hier im Offroad Park. Das ist... Das ist übel. Und ja, die Ballons kommen immer wieder, habe ich mal festgestellt. Deswegen werde ich jetzt auch einfach gar nicht mehr einsammeln, glaube ich. Hau doch mal ab, du Transe, ey. Wieso beschimpfe ich das als Transe? Ich weiß es nicht. Glücksessen. Seltsame neue Nahrungsmittel. Vorhin waren es noch Hunde. Und irgendwas. Oh Mann, jetzt... Ja, jetzt ist meine Euphorie auf jeden Fall wieder richtig gebremst, weil ich jetzt nichts mehr finde. Und ich vor allem auch gar keinen Anhaltspunkt jetzt habe, wo ich... Wo ich suchen soll. Ich werde jetzt mal gucken, was... Okay, da... Komm, wir gönnen uns jetzt mal einen Rundflug, würde ich sagen. Wir nehmen uns jetzt mal Rundflug 2. Von oben kann man ja bekanntermaßen relativ gut alles überblicken. Und deswegen kann ich mir vorstellen, da die ein oder andere Stelle zu sehen, die vielleicht interessant sein könnte. Dafür, ich glaube, ich kann einfach reinfahren. Ich muss den Neck nicht über den Anlagern. Die A haben wir zum ersten Mal gemacht und jetzt machen wir noch B und C. Danke, dass ihr heute mit uns fliegt. Ich bin euer Pilot und Tourführer Mac. Genießt den Flug. Wir messen derzeit 32 Grad. Heute scheint wieder die Sonne. Wir hatten in der letzten Zeit tolles Wetter. Ich zeige euch heute ein paar Highlights des Kauaui See Resorts. In unserem riesigen Sommerresort gibt es Wassersport und Landaktivitäten für jedermann. Das wird zwar nur ein kurzer Flug, aber bitte genießt die Aussicht von oben. Da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Auf den ganzen Hügeln und so. Da irgendwie hinzukommen, das muss ich mal versuchen. Den Jetski erkunden und dann gucken. Gerade überfliegen wir den Mystikwald. Hier gibt es einen riesigen Wasserfall und uralte Ruinen zu bestaunen. Der Wald gehört zu den beliebtesten Attraktionen des See Resorts. Und da hätten wir den Wasserfall. Er gehört zum touristischen Pflichtprogramm der Insel. Der unvermittelte Anblick dieses gewaltigen Wasserfalls, der sich nach dem Marsch durch den Dschungel plötzlich bietet, ist überwältigend. Allein dafür lohnt sich die Wanderung. Ich wandere übrigens gerne durch den Wald, wenn mich mal irgendetwas bedrückt. Ich schlendere durch die Ruinen und stelle mich vor den Wasserfall, um sein Rauschen zu hören. Und wie von Zauberhand geht es mir besser. Diejenigen von euch, die auch etwas bedrückt, sollten es vielleicht mal ausprobieren. Voll der Seelsorger hier. Naja, ja. Also besondere Stellen sehe ich jetzt nicht. Ich meine, man sieht zwar auf der Kart, wo ich bin, aber... Orientierung? Näh. Nicht im ganzen Berg massiv da. Hier sieht man jetzt auch die beiden Schätze. Sehr schön. Ich meine, da kann man sich sehr gut die ganzen Schätze da noch angucken, bei diesen Grundflügen. Da braucht man aber trotzdem Mindestmaß und Orientierung. Wir fliegen gerade die Frohbucht. Unter uns liegen der Sonnenscheinstrand mit den Hotel- und Resortanlagen sowie der unberührte und naturbelassene ewige Strand. Seine wunderschöne Kulisse macht diesen Ort so beliebt. Ja, ich weiß nicht. Hier muss doch bestimmt noch irgendwo eine... Ich habe noch eine Idee. Die Frohbucht bietet unseren Gästen zahllose Freizeitaktivitäten. Vom Schwimmen bis zum Jetski fahren. Für die Wassersportler unter euch könnten die zahlreichen Wettkämpfe im Resort interessant sein. Ich muss noch gleich mal was mit dem Jetski ausprobieren. Ich wollte ihn ja sowieso gleich nehmen. Tja. Auch mit dem Quad. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich überprüfe gleich erstmal eine Szene. Mein Grabber hängt wieder. Aber er scheint noch in Ordnung zu sein. Und da wären wir auch schon wieder. Oder auch nicht. Wir machen, glaube ich, noch eine Runde. Eine kleine. Ja, okay. Gucken wir uns auch hier das Ganze an. Hier bin ich auch noch nicht so lang gefahren, glaube ich. Fahrstuhlmusik, hey! Das könnte auch nochmal interessant sein. Danke, dass ihr mit uns geflogen seid. Hat euch die Tour gefallen? Natürlich. Ich hoffe, ihr fliegt bald wieder mit uns. Wir werden in Kürze landen. Vielen Dank. Aber ich glaube, da kann man keine besonderen Darbietungen machen bei den... Da hinten sind ja auch noch diese komischen... Oh Gott. Und mein Grabber hängt jetzt extremst. Ich glaube, er ist abgestürzt. Wenn er das ist, dann werdet ihr jetzt sowieso Schwarzbild sehen. Ich warte gerade. Ich warte gerade. Und er ist endgültig abgestürzt. Ja, herrlich. Gut, dann muss ich hier leider einen kleinen Cut machen. Und ihr werdet jetzt sowieso nichts gesehen haben bis dahin. Und wir sind auch schon wieder da. Läufst du jetzt, Grabber? Ja. Oh, ich muss überprüfen und auch wirklich aufnehmen. Äh, ja. Okay. 20 Sekunden. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Auch wenn er einen megamäßigen Delay in der Vorschau hat, ist das mir egal. So, ich wollte... Einen Jetski haben. Und wollte gewisse Sachen überprüfen. Zuerst einmal... Möchte ich eine bestimmte Sache versuchen. Wo ich nicht weiß, ob das funktionieren kann von der Entfernung her. Könnte ich mir vorstellen, diesen kleinen Abschnitt da drüben. Weiß nicht genau, wo der war. Ob man den mit dem Jetski irgendwie überspringen kann. Ich weiß nicht, ob es wirklich immer so aufgeteilt ist, dass man zwei von diesen geheimen Dingern mit dem Jetski machen kann. Und zwei mit dem... Ähm... Quad. Also immer mit den zwei verschiedenen Gegenständen da. Oder wie das geregelt ist, ich weiß es nicht. Aber... Wir checken das jetzt mal hier mal aus. Hier kann man durchfahren, ne? Okay. Aber hier war irgendwo noch eine relativ schmale Stelle. Meine ich. Vielleicht habe ich mich doch getäuscht. Wo ich mir gedacht habe, da könnte ich vielleicht auch mal drüber springen. Vielleicht war es aber auch die Stelle und ich war mir gar nicht mehr darüber im Klaren, dass die... sowieso offen ist. Aber klar ist es nicht. Hm. Ja, ich könnte natürlich die ganzen Sachen nachgucken, aber... Nee. Das mache ich sowieso schon oft genug bei Zelda zum Beispiel, aber... Da habe ich jetzt hier irgendwie das Gefühl... Könnte ich selber mal schaffen. Da einfach mal ein bisschen rumcruisen und schauen. Da hinten bin ich ja schon langgekommen. Hau da mal ab, du! Hm. Nee, 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 nee. Das bringt natürlich rein gar nichts. Sowas hätte ich mir halt mal vorstellen können, dass man irgendwie drüber springen kann oder so. An irgendeiner Stelle. Ich muss auch nochmal gerade die Felsenheiten abchecken. Ähm, und dann werde ich mich mal in den Osten da begeben. Das sind halt noch relativ viele Sachen, wo man wahrscheinlich mit dem Quad mal was erkunden könnte. Aber das sind alles so kleine Inseln, wo ich mir dann denke, da gibt es doch bestimmt nichts. Diese Form, das sieht schon fast aus, so was könnte man durchspringen, wenn hier jetzt eine Rampe wäre. Aber hier ist keine Rampe. Diese ganzen Secrets. Aber es ist ja geil, die einfach nur zu finden. Das macht mega, mega, mega Spaß. Oder ist das eine Rampe? Das ist eine Rampe. Das ist eine Rampe. Come on. Jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Sehr schön. Ach, es tut richtig gut, sowas selber rauszufinden. Wusste ich's doch. Diese Felsen hier. Ja, die Form hat mich jetzt, wo ich jetzt sowieso nochmal hier näher gekommen bin, hat mich schon stutzig gemacht. Und hier war tatsächlich eine Rampe, die man aber auf den ersten Weg gar nicht so erkennt. Ah, es ist fies. Aber es hat mal richtig Bock, die rauszufinden. Vor allem einfach dieses Erfolgserlebnis, wenn man es dann geschafft hat. Echt richtig geil. Davon lebt das Spiel auch, natürlich. Neben dem Entspannungseffekt und generell dieser Open World hier, lebt das natürlich auch davon, so Sachen zu finden und dann solche Erfolge zu haben. Das ist richtig schön. Das gleiche kann natürlich hier auch nochmal sein, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass hier noch irgendwas für den Quad ist. Das Problem ist, da müsste natürlich hier auch irgendwo noch ein Quad stehen auf einer von diesen kleinen Inseln oder man muss es halt so Fuß machen oder... Ja, das wäre ja eher so was für Schätze, ne? Das ist das Ding. Auf der Insel, da war ich schon mal, wo der Typ mit mir sprechen wollte. Ich erinnere mich da dran. Aber das wird dann nichts für so spezielle Herausforderungen sein. Also für diese tollen Darbietungen. Ah, ja. Ja. Das kann dann wirklich überall noch sein. Also ich... Ich weiß nicht. Ich weiß, wie gesagt, wirklich nicht, ob es so ist. Aber ich... Ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass es wirklich halber-halber ist. Zwei mit dem Jetski, zwei mit dem Quad. Dann haben wir jetzt von jedem eins. Ich verfahre mich hier total. Die Stellen sehen für mich auch alle gleich aus hier. Ich glaube nicht nur für mich. Die unterscheiden sich einfach nicht großartig. Ich glaube, das habe ich schon mal versucht, oder? Mit einer guten Welle ist das sogar möglich. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das zählt. Eine tolle Darbietung oder so. Ich würde es trotzdem schaffen. Ich würde es jetzt schaffen. Äh, du darfst auch gerne mal... Genau. Aber ich glaube, von der anderen Seite macht es mehr Sinn. Das erinnert mich gerade extremst an Crash-Nitro-Kart. An Ur-Woh... Ne, nicht Ur-Woh-Woh, sondern zeitlos. Diese eine Abkürzung da. Relativ nah am Anfang. Sieht ein bisschen ähnlich aus. Ich habe da so meine... Nicht nur meine Zweifel, ob es klappt. Ich habe vor allem meine Zweifel, ob das irgendwas bringt. Was sieht so aus, als bringt das gar nichts. Ich warte mal ein bisschen den Wellengang ab. Wobei entgegengefahren wäre, glaube ich, besser gewesen. Es klappt, aber es ist nichts wert. Schade. Oder vielleicht von der anderen Seite, wenn es hier eine Rampe gibt wieder. Ne, ne, hier gibt es keine Rampe. Mag zwar banal aussehen, was ich hier mache und so, aber das ist... Das ist halt so. Wenn man hier Sachen sucht, dann muss man auch mal solche Hanebüchen-Sachen einfach mal überprüfen. Auch wenn es wirklich danach aussieht, als wäre es absoluter Schwachsinn. Und das würde sowieso nicht klappen. Aber es kann sein. Moment. Gab es da so... Gibt es da so einen direkten... Weg zum Mystic-Wand? Ja, ja. Äh, ich glaube aber nicht, dass da was für den... Also, wenn da was ist, dann nur für den Quad wahrscheinlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da was für den Jetski ist. Da waren wir auch mal ganz kurz, aber da kann man sowieso nicht so viel fahren. Fangen wir mal hier rein. Jetzt kommen wir doch wieder in das ganze Gefilde da rein, oder? Ja, da wollte ich gar nicht rein. Da ist auch schon wieder so eine Lücke. Sowas ist leider immer verdächtig. Aber ich glaube, beim Jetski sind da doch noch wirklich prädestinierte Rampen dafür. Und da komme ich auch definitiv nicht hoch. Zumindest nicht von der Seite. Ich kann ja mal nochmal alternativen Weg suchen. Äh, wenn da überhaupt irgendwo was ist. Eine andere Seite. Das sind verschiedene Rampen. Da könnte... Moment. Da kann man natürlich irgendwie versuchen... Das ist nämlich die... Nee. Oh, da habe ich ihn verschaut. Das sah gerade anders aus. Okay. Da könnte man natürlich auch irgendwie über die Sandbänke springen. Aber ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Die Rampen sehen auch nicht aus, als... ...wären sie dafür da. Sie sehen aber auch nicht dafür aus, als wären sie da irgendwo anders... Also für irgendwas anderes, was jetzt mit einer tollen Darbietung zu tun hat, sondern nur für das Mini-Spielen. Man weiß ja nie, aber es ist... Nee. Nee, ich werde jetzt auch nicht noch hier in so... ...in diesem komischen Parcours rumfahren. Ich verirr mich hier sowieso total. Ich bin jetzt aber auch eigentlich nicht so gewillt, hier Orientierung zu pumpen. Ich will jetzt nur noch mal raus und... ...mich generell dann in die andere Richtung umschauen. Richtung Meer. Ich glaube, ich hätte abbiegen sollen. Obwohl, wir können dann mal gerade hier lang fahren. In die Richtung. Kommen wir auch raus. Oh, wie ich doch mal. War ich hier nicht gerade so? Ach, ich habe keine Ahnung. Doch, klar war ich hier. Oh mein Gott. Der Part ist schon wieder rum. Mann, das geht so schnell. Das geht so schnell. Ich habe noch so viel Bock. Aber es ist schon halb zwölf. Oh Mann. Und ich muss es ja auch noch rendern. Natürlich. Der mich jetzt mal überhaupt holen kann in einem Part. Äh, das ist so nervig. Die ist einfach nur so da. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist aber so. Ah, Mann. Mein Vorschlag ist gerade nicht befriedigt. Ich habe zwar einige Sachen jetzt hier im Seeressort gefunden. Heute, also... Ah, nee. In der Ecke hier ist bestimmt noch was. Irgendwo. Obwohl, in die Richtung möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr weiterforschen. Die Sachen haben wir jetzt abgehakt. Sondern eher in Richtung... dieser Felsen. Das sah ein bisschen steiler, also ein bisschen flacher aus. Na. Weil hier könnte ich mir auch vorstellen, dass man hier irgendwo noch... irgendeinen tollen Sprung machen kann oder sowas. Was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Was ultra-geheim ist. Oder auch vielleicht nicht so geheim. Ich weiß nicht. Sieht mir alles viel zu verdächtig aus. Auch der Stein. Ich weiß auch, ob man da wieder drüber springen könnte. Da muss man mit ein bisschen mehr Anlauf kommen. Äh, ich glaube, das ist wieder absoluter Schwachsinn hier, aber... Man muss es gerade leider versuchen. Ich muss es leider versuchen. Kann das klappen? Oh, Mann. Ich will weitersuchen, aber ich kann nicht mehr weiterspielen, Leute. Ich kann leider nicht mehr. Das ist echt scheiße. Na gut, ich könnte noch, aber... Oh, nee. Ich bin morgens sowieso immer viel zu müde. Muss ich jetzt nicht noch... ...stundenlang spielen hier. Es bringt gar nichts. Oder komm, es bringt gar nichts. Es war klar. Hier war der Fallschirmspringer. Ah, hier in der Ecke ist, glaube ich, doch nichts mehr. Zumindest nicht für den... ...Jet... ...Ski. Ich glaube, das hat hier keinen Sinn mehr. Aber ich halte auf jeden Fall daran fest, dass wir mit dem Jetski noch irgendwas machen können. Da gehe ich einfach mal wirklich von aus. Wo, weiß ich nicht. Vielleicht auch in der geheimen Höhle da. In der einen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich beende jetzt hier auf jeden Fall den Part. Was wir am nächsten Mal machen, weiß ich. Wieder einmal nicht. Das schauen wir dann. Einfach wieder ein bisschen rumcruisen. Nochmal kurz, um darauf zurückzukommen. Wir haben jetzt hier nur die ganzen Silberschlüssel noch, die ich ja später holen will. Hier brauchen wir jetzt noch zwei tolle Darbietungen. Das hier machen wir mal später, habe ich gesagt. Und hier haben wir jetzt... Oh, stimmt. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Die 140-Punkte-Trick-Kombo mit dem Quad, die müsste ich auch nochmal machen. Ich hoffe, daran denke ich dann auch noch. Aber vor allem die Schall-Darbietungen will ich jetzt auf jeden Fall noch schaffen. Bevor ich dann zum nächsten Ressort aufbreche. Wie lange das dauert, steht in den Sternen. Ich möchte es vor allem erstmal nicht nachgucken. Irgendwann vielleicht. Aber ich will jetzt auf jeden Fall erst nochmal ein bisschen hier rumcruisen. Oder mit dem Quad halt rumfahren. Es ist einfach so ein Suchprojekt. Und genau deswegen dauert es wahrscheinlich auch Ewigkeiten. Aber ich will es trotzdem machen. Weil das Erfolgserlebnis, wenn man was findet, wirklich herrlich ist. So. Machen wir noch ein paar Tricks. Und dann verabschiede ich mich hier an der Stelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und vor allem, wenn wir dann was finden. Was wir noch brauchen. Nämlich eine der beiden tollen Darbietungen. Oder sogar beide. Ich würde mich auf jeden Fall nicht informieren. Und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.